Jetzt gibt es noch einen anderen Aspekt des Ganzen, Herr Kretschmann, Sie sind ja Politprofi, wenn Sie jetzt bleiben bei einer klaren Ablehnung von verlängerte Atomkraftlaufzeiten bei den Grünen, dann und es im Herbst... Nein, 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 das darf ich nicht behaupten. Nein, 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 das darf ich nicht behaupten. Nein, nein, das darf ich nicht behaupten, also keine klare Ablehnung, im Moment ist ja die Parteilinie. Nein, nein, ich habe nur gesagt, nein, 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 nein.